Hallo und herzlich willkommen zu den Fernstudium News 2017-12, dem Schnellnachrichtenüberblick rund um das Thema Fernstudium. Die ELCI Learning Consulting setzt ein neues Lernmanagementsystem ein, über das die Materialien des MBA Fernstudiums zur Verfügung gestellt werden, Übungen durchgeführt werden und auch das Studium verwaltet wird. Für dieses habe ich einen Zugang erhalten und mir das Ganze in einem Video mal genauer angeschaut, das ich euch auch hiermit verlinken werde. Die Fernuniversität in Hagen hat einen neuen Webauftritt bekommen. Auf der Startseite gibt es jetzt die großen Bereiche Studium, Forschung und die Universität. Außerdem ein Auswahlfeld mit Infos für verschiedene Zielgruppen. Die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtlingen-Geislingen, HFWU, bietet einen Masterstudiengang in Wirtschaftspsychologie und Leadership mit dem Abschluss Master of Science in Kooperation mit der Pemaco Akademie an. Zu diesem Studiengang soll es auch im nächsten Jahr ein Interview hier bei Fernstudium Infos.de geben. Gleich zwei Interviews hat es in diesem Monat mit der HSW gegeben, mit der Hochschule Weser-Bergland. Ein erstes Interview beschäftigt sich mit der Frage, wann ein berufsbegleitendes Studium sinnvoll ist und auch wie es im Vergleich zu einem reinen Fernstudium aufgestellt ist. Und ein zweites Interview richtet sich speziell um das Thema Anrechnung von nicht hochschulisch erbrachten Leistungen, hier am Beispiel von Informatikstudiengingen. Beide Interviews werde ich euch hier auch mit verlinken. Eine neue Website hat nicht nur die Fernuniversität in Hagen bekommen, sondern auch OnCampus, der E-Learning-Dienstleister der Fachhochschule Lübeck. Der Online-Auftritt wurde hier komplett neu gestaltet und vereint nun die Bereiche Online-Weiterbildung, MOOCs sowie Online-Studiengänge unter einem gemeinsamen Dach. An der SRH-Fernhochschule werden auch regelmäßig in verschiedenen Studiengängen Laborveranstaltungen durchgeführt und in einem Live-Interview hat mich Frau Prof. Dr. Christine Schimmick über diese Laborphasen im Rahmen des Fernstudiums informiert und auch einige Fotos dazu mitgebracht. Auch das Video werde ich euch hiermit verlinken. Außerdem ist es so, dass an der SRH-Fernhochschule zusammen mit der Akademie Würth und der University of Louisville ein englischsprachiger MBA angeboten wird. Ab 2018 und zwar ein MBA in Global Business. Und unter anderem gehören zu diesem Studiengang auch zwei Auslandsaufenthalte in den USA. Die SRH-Fernhochschule verantwortet das Online-Angebot und stellt auch ihren Präsenzstandort in Hamburg zur Verfügung. Ja, soweit dieser schnelle Nachrichtenüberblick. Tägliche News und auch ausführliche Beiträge findet ihr bei Fernstudium Infos.de. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere doch jetzt kostenlos meinen Kanal mit weiteren News, Interviews sowie Fragen und Antworten rund um das Thema Fernstudium. Oder schaue bei Fernstudium Infos.de vorbei, der Infoseite rund um das Thema Fernstudium mit tausenden von Beiträgen.